Bienen sind fleißig. Das freut jeden Imker. Auch Thomas Radetzky. Er leitet seit mehr als 20 Jahren die Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle in Rosenfeld. Artgerechte Tierhaltung ist ihm wichtig. Dann tun wir sie wieder rein, machen Deckel zu. Radetzkys Bienen sind gesund. Für sie hat er umweltfreundliche Behandlungsmethoden entwickelt und so viele Bienenstämme vor dem sicheren Tod bewahrt. Sein Wissen gibt er an andere Imker weiter. Aber das alles reicht ihm noch lange nicht. Er will auch Hobby-Imker gewinnen. Mit Projekten wie der Bienenkiste spricht er zudem Menschen in der Stadt an. Jung und alt für Bienen begeistern ist sein Motto. Ich weiß, Kinder haben Süßes gern. Mit Blumensamen Nahrung für Bienen schaffen. Thomas Radetzky will, dass es den Bienen gut geht. Ich wünsche dir die Was? Vielen Dank.